Ah, ich wusste, dass ich es nicht erwischt. Ich wusste es, aber ich glaube... Und hier ist der letzte Fail aus der Kategorie Hashtag DummDummaToPlay. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten, beziehungsweise ich habe die Aufnahme gemacht, aber habe nicht gemerkt, dass die Festplatte voll ist in Super Mario Maker 2. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war kein schlechtes Level, aber es war halt ein bisschen überfüllt. Kurz und knapp. Deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt mal. Ich hatte auch einen Timer und alles wieder, weil, klar, die Abschlussrate spricht für sich, aber... Als allererstes muss ich sagen, das hier war etwas, was mich extrem gestört hatte. Aber gut, weil... Das hier ist einfach wirklich sehr unschön geregelt. So, so, wir schwingen, wir schwingen. Wir schwingen, wir schwingen. Ah, ich wusste, dass es mich erwischt. Ich wusste es, aber ich glaube, ich brauche den Blauen. Irgendwas war da mit dem Blauen. So, hier jetzt ganz klassisch, was ganz toll ist. Ah. Bam. Einfach Schlüssel finden. Magic Key. Magic Key. So, hier. Für euch. To know. Hat man jetzt nur einen Trampolin. Ernsthaft. Okay, gut. Man kann es auch mit nur einem Trampolin machen. Normalerweise zwei Trampolinen nehmen auf dem Notenblock hoch und fertig ist. So, hier habe ich auch einige Sachen probiert, wo ich dachte, mh... Aber auch hier, liebe Leute, kann man ein bisschen sich durchtricksen. Na, komm. Das finde ich wirklich jetzt hier mega, was jetzt gleich kommt. Die Idee dahinter ist schon mal richtig geil. Weil ich kam nicht dahinter, dass es hier mit diesem... Äh... Panzer funktioniert. Aber... Okay. Es geht. Okay. So, hier kann man es schön abkürzen, wenn man noch die Feder hat. Normalerweise da oben über so ein Parcours rüber. Ach, ja gut. Jetzt habe ich natürlich selber gefehlt. Das war jetzt echt dumm. Hier habe ich mich ein bisschen gewundert, dass hier nichts ist. Keine Herausforderung, kein gar nichts. Fand ich sehr ärgerlich. Und das hier war etwas, wo ich mich wirklich ein bisschen geärgert habe. Weil, das muss man erst mal ahnen, was hier jetzt gleich passiert. Na, komm. Wenn man hier nämlich nicht rechtzeitig reagiert, dann landet das Trampolin auf diesen Blöcken da vorne und alles ist aus. Na, jetzt habe ich gerade gesehen, da hat noch jemand was gepostet. I'm stuck. Ach, geil. Hat da sogar noch extra Invisible Blocks reingesetzt, oder was? Das wäre jetzt echt assi gewesen. Habe ich jetzt nicht geguckt. So, hier haben wir so eine Art, ja, Bosskampf. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Bosskampf in Lämpfung nennen sollte, aber... Ja gut, es ist halt... Es ist ein Bosskampf schon. Und wenn man den Bosskampf hier richtig angeht, dann ist das ein richtig geiles Ding. Denn... Nein. Oh, oh, oh. Nehme mal mit. Warte mal, ich muss mal gucken, wie weit bin ich? Oh, die Zeit drängt. Ah, verdammt. Da brauchen wir eigentlich nicht darum. Aber ihr seht, man kommt schnell durch. Ja, ihr habt die Mängel gesehen, die ich gesagt hatte. Auch hier dieser Bosskampf. Ich weiß jetzt nicht, wofür der P-Switch war. Oder der Pow-Block. Der P-Switch weiß ich. Aber selbst ohne Pow-Block wäre ich mit der Feder einfach durch. Zack, fertig. War ein bisschen komisch dargestellt. Aber trotz alledem bedanke ich mich ganz herzlich beim Picknicker. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Traut rein. Tschö, tschö.